Ho ho ho! Leute, fröhliche Weihnachten! Ich hoffe, ihr hattet schon mal einen wunderschönen 24. Habt gut gegessen, eure Zeitgenossen mit euren Lieben, im kleinen Rahmen natürlich. Ich wünsche euch von Herzen wirklich auch die nächsten Tage, dass ihr die genießt. Denkt daran, nicht zu viel essen. Aber das Wichtigste, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr habt wirklich eine Menge, Menge gespendet. Ich hoffe und ich weiß, ihr habt tolle Geschenke. Mir macht Menschen eine unheimliche Freude und ich hoffe, dass es nächstes Jahr weiter so geht. Denn das Rad dreht sich weiter, die Welt dreht sich weiter und die Leute, gerade auch in Tansania, eigentlich weltweit, die brauchen unsere Unterstützung. Uns geht es gut und von daher nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen, unsere Organisation. Daumen hoch. Jetzt weiterhin fröhliches Fest. Genießt die Zeit. Es gibt Schlimmeres auf der Welt. Und von daher sehen wir uns hoffentlich im neuen Jahr wieder. Alles Gute euch, einen guten Rutsch und passt auf euch auf.